und somit herzlich willkommen zum dritten part einer extended edition wir sind das letzte mal hier stehen geblieben auf einmal sind diese gesichter hier aufgetaucht und ich habe echt schiss da jetzt rauszugehen ich habe keine ahnung was da ist ich habe so schiss da jetzt rauszugehen leute ich habe keine ahnung was da ist ich habe keine ahnung was ich als nächstes machen soll ich weiß es nicht ich gehe da jetzt einfach mal raus ich höre immer noch diese komische stimme was da irgendwas leute ich kann ich sehen alter die gesichter gucken mich so scheiße an alter jetzt weiß ich wieder nicht was ich machen soll jetzt vielleicht kann man die tür jetzt aufmachen nein kann man immer noch nicht ich habe so schiss dass irgendwas von hinten kommt diese wichser alter ich gehe einfach noch mal hier rein vielleicht hat sich da jetzt irgendwas geändert weil ich nicht mitnehmen ist alles wie vorher ich habe keine ahnung leute was ich machen soll warum kommt da immer noch dampf raus leute also ich habe jetzt keine chance mehr ich habe alles hier mitgenommen ich gehe einfach mal raus auch leute man kann denn nicht mehr rein okay dann muss es irgendeine lösung geben aber ich habe keine ahnung was also wir haben letztes mal diese komischen blätter bekommen vielleicht soll ich die zu diesem block da noch zu machen ich höre vor allem ein komisches tropfen das war eben noch nicht da kann ich irgendwas mit den gesichtern machen ich kann nichts machen ich habe ich keine chance er kann das feuerzeug anzünden kiste anzünden es geht nichts und das ist vielleicht anzünden der christ von den wurzeln oder so dann kann man da irgendwas anderes mitmachen ich habe so schiss vor den dingern alter es geht gar nichts aber wozu müssen wir auch diese komischen wurzeln bekommen haben aber wofür hier ist ja sonst nichts mehr hier ist noch diese gezerbrochene klinge und die kriegen wir irgendwie nicht ab oder kann man das jetzt wieder verbinden oder so ich versuche einfach nochmal alles knochen axt ne geht nicht lampe hier hinstellen nein es geht nicht liegt hier noch irgendwie was was ich wissen sollte oder dass wir noch eine andere schublade die ich übersehen habe hier war ja auch die schublade haben wir letztes mal gefunden irgendwas übersehen leute ich bin echt planlos ich stehe was ich habe über was übersehen hier das kann ich bestimmt kaputt machen ne damit nicht bestimmt mit der spitzhacke oder was wir da haben das war doch gerade schon kaputt oder ich habe doch gerade die axt dafür benutzt etwas längeres ich habe sonst nichts mehr aus dem stock aber das bringt nichts ich brauche etwas längeres um die hebelwirkung zu nutzen aber hier ist ja nichts mehr die palette kann ich auch nicht weg machen liegt hier jetzt vielleicht irgendwie was oder so ich muss doch auch irgendwas mit passieren das kann ja nicht einfach umsonst hier sein kann ich da jetzt vielleicht irgendwas mit machen das spiel macht mich so fertig irgendwas muss es ja geben ne es geht gar nichts da ist auch nichts mehr drin ne ne da ist nix mehr drin ich finde nix mehr hier ist nix mehr hä leute ich habe alles probiert das ist das erste was ich hier wieder gefunden habe ich habe dafür nichts ich kann das so kaputt machen nein in die tür da hinten komme ich auch nicht warte mal ich muss mal kurz in mein inventory gucken hier muss ich das vielleicht verbinden ne damit verbinden das geht auch nicht damit verbinden nein kann ich irgendwas verbinden ne es geht gar nichts lampe kann ich auch nicht an machen ja leute ich bin planlos mal wieder wie im letzten part obwohl im letzten part habe ich eigentlich ziemlich viel geschafft hier habe ich keine chance rein zu kommen die tür geht nicht auf aber vielleicht habe ich es jetzt so habe ich es ein bisschen raus gezogen vielleicht kann ich jetzt den hebel da benutzen nein kann ich nicht okay es kann gar nichts machen halt die schnauze dahinten halt die schnauze dahinten ich höre die stimme gerade ja ja es ist einfach so ein scheiß part ich mache nix ich habe noch gar nichts in dem part geschafft das spielst du kaputt der topf leute ich auch jetzt erst gesehen kann ich den kaputt und wofür muss ich doch diese kann ich das vielleicht wieder heile machen nein kann ich auch nicht wo kann ich mich nochmal dücken irgendwas drin oder so ne so erst gerade mitbekommen weil das ich mich dücken kann gg nach drei parts kann ich hiermit vielleicht irgendwas machen mit der die vase muss doch auch irgendwo für da sein sonst würde das nicht angezeigt werden das ist eine kaputte vase ne oh ne kann ich auch nicht heile machen ich muss jetzt alles irgendwie ausprobieren irgendwas muss es ja geben damit ich das hier ne ich hab kein ich hab auch keine items was ich irgendwie machen kann ich bin froh dass ich das im letzten paar rausgefunden habe irgendwie wie auch immer ich kann nochmal durchgucken meinetwegen nein so da sind zwei berge die ich gut kenne ja da sind diese gesichter erschienen und jetzt weiß ich nicht weiter wasserpfütze da kann ich auch nicht rein hier liegen steine aber die was ist hier irgendwas ne ich kann ich auch nicht benutzen hier muss hier muss was sein sonst verstehe ich das nicht was ne ich dachte da wär irgendwas versteckt runter was ist das hier was ich hab keine ahnung wie lange ich jetzt hier schon rum suche ist hier irgendwas unter hier liegt was kann ich das vielleicht heile machen mit dem band auch nicht auch nicht auch nicht ich will aber gern altes taschentuch vielleicht sind da irgendwelche informationen drauf die ich gebrauche ich bin jetzt so ein keller kind und suche hier alles ab ey nix alter nix gar nix ja das weiß ich auch vielleicht von unten oder so das wäre natürlich richtig assi alter soll man auch sowas kommen ne auch nicht ja leute das war es mit dem let's play nein spaß aber was ist das hier für eine klinge sieht aus als würde sie auf die berührung meiner hände reagieren wie was soll mir das jetzt sagen ich würde die scheiße da rauskriegen alter ja leute ich muss irgendwie ein tutorial im internet angucken ich habe keine ahnung wirklich null gar nicht alter der part war echt gut muss ich sagen ich habe keinen plan leute ich habe echt keinen plan die rosen kann ich auch nicht nehmen ne ja leute ich habe keinen plan ich musste irgendwie was angucken im internet damit ich das rausfinde ja ich habe was neues gefunden geil was bringt mir das jetzt kann ich das buch irgendwie lesen hä das wird mir nicht mal im inventar angezeigt oder ist das hier welches habe ich denn gerade aufgehoben leute jetzt ist das erste mal aufgefallen da habe ich ja auch schon alles abgeguckt jetzt kann eigentlich entweder nur noch hier irgendwas sein was war das für ein geräusch kam mir das gerade nur so vor oder war da gerade ein geräusch ich bin mir nicht sicher oh leute vielleicht muss ich hier was reparieren aber was ich bin kein experte ich fürchte ich könnte die klinge noch schwerer bestätigen ich versuche lieber etwas anderes wir können auf jeden fall irgendwas machen irgendwas nein 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 das hatten wir eben schon ok daran vorbei ja es gibt aber sonst nichts anderes ich hätte gerade echt hoffnung dass es irgendwie mich weiter bringt jetzt hier ist eine schublade wenn er irgendwas ok nur im buch ne da ist irgendwas anderes stifte hier raus das kann ich nicht nehmen ok ist hier unten noch irgendwas leute hier steht ein hammer den kann ich nicht nehmen oder? kann ich den nehmen? den habe ich jetzt erst gesehen aber ich kann den nicht nehmen also ah jetzt kann ich der schraubstuch ist jetzt mit was war das leute alter ich habe gerade irgendwas gehört irgendeinen bollern an der tür oder so wir sagen dass sehen wir uns den nächsten part an alter ich habe jetzt keine nerven mehr leute bis zum nächsten part tschau leule muss im die 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 Untertitelung des ZDF, 2020